Ich finde, diese Tagung hat noch einmal eindrücklich gezeigt, dass gute Betreuung im Alter ein Teil einer guten Alterspolitik sein muss. Und wir in der Schweiz in den nächsten paar Jahrzehnten einen dringenden Bedarf einer guten Alterspolitik haben, die die präventive Wirkung genutzt, die diese Betreuung hat. Das heisst, wir brauchen alle drei föderalen Ebenen, die zusammenwirken müssen, damit die Betreuung für alle Menschen zugänglich ist, damit sie alltagsnäher ist, damit sie qualitativ gut ist und damit freiwillige Angehörige und Fachpersonen zusammenwirken können. Und das bedeutet, so haben das Referat und das Podium gezeigt, dass gute Betreuung im Alter in der Schweiz ein Teil vom Servicepublik wird.